Yo Leute, was geht? Ich begrüße euch hier zu dem neuen Spielmodus von Riot Hexakill auf Twisted Treeline, jetzt mittlerweile. Ja, ich hab's jetzt schon zweimal gespielt und ja, ich fand's sehr gechillt eigentlich. Ich mein, ich hab durchaus immer mal den Überblick verloren, aber es ist echt witzig, muss man sagen. Ähm, die wollen ja jetzt grad eine Wombo-Kombo machen, das heißt, ich werd jetzt mal Orianna picken. You will kill your enemies, that will be fine. Der eine will Malfight picken, das heißt, ich könnte eigentlich auch... Ja, okay, doch, das geht gut. Maybe Rango? Joa. Ähm. Ich hab schon einmal mit Orianna gespielt und einmal mit Yasuo und wir haben zweimal verloren. Im letzten Spiel hatten wir einen Yi gegen uns. Der hat dann natürlich mit einem Pentakill hat er dann alles zerfickt. Am Ende hat er, glaube ich, 32 Kills oder so. War dann nicht mehr zu stoppen. Ähm. Ja. Ähm. Überlegt noch, ich glaube ich, ich nehm Ignite mit. Und, yo. Dann... Sehen wir uns gleich im Spiel wieder. Bis gleich. So, jetzt sind wir hier in dem Ladebildschirm und ich merk' gerade, dass die Lox noch gar nicht so unglaublich weit geladen hat. Ähm. Joa. Und. Ich hatte gedacht, dass es jetzt schon gleich los geht, deshalb hab' ich schon die Aufnahme wieder gestartet. Aber es geht noch nicht los. Naja. Joa. Joa. Falls ihr euch wundert, ich hatte gerade mal Bock, jetzt mit Musik aufzunehmen. Weil ich höre jetzt in letzter Zeit auch beim Zocken immer wieder Musik. Und, joa. Deshalb hab' ich jetzt gerade mal auf dem zweiten Bildschirm YouTube offen und lass da jetzt Musik laufen. Ähm. Ja. Mal sehen, ob das die Aufnahme jetzt unglaublich verlangsamt. Erstmal Sound. Den anmachen. Musik aus. Ja, komm, das passt. So. Ey, das gibt's doch nicht. Ich hab' doch Musik aus. Was ist dann? Sound FX. Nein, das soll anbleiben. Ähm. Ja, komm, aber das kann auch 50 runter alles. So. Och, du Scheiße, ist das laut. Ähm. Joa. Ah, nein, ich wollte noch Potz kaufen, stimmt. Stimmt. Wir haben nur einen AD-Champion. Egal. Was haben die denn eigentlich? Gangplank. Die haben dafür keinen Tank. Ja, GG. Ja. Oh, Mann. Diese OP-Kugel eben. Minutes has spawned. Ja, lasst euch halt von jedem Bein-Ding treffen, ey. Hui. Ja, also man kann jetzt nicht gerade sagen, dass die Aufnahme flüssig läuft. Das sind die Aufnahme flüssig. Aber, naja, scheiß drauf. Ja. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? So, da gab's schon mal Action. Ich muss ja ehrlich sagen, dass ich diese Map verabscheue wie sonst was. Ich spiele auf der echt nicht gerne eigentlich, vor allen Dingen jetzt eben, wenn so viele Leute drauf sind. Zu dritt, wofür die ja normal vorgesehen ist, ist es ganz chillig, aber zu sechs ist es echt unübersichtlich, also richtig. Oh Gott. Ja komm her, Lux. Easy. Das ist sehr spannend. Ja komm her, Zed. Wir wissen doch alle, dass du nichts kannst. Das ist sehr spannend! So, dann geht's. das mal als habe einnehmen und dann weiter ich habe jetzt auch ganz ehrlich überhaupt keinen plan wie laut eigentlich die musik ist auf der aufnahme dann ja keine ahnung wenn ich sehr gespannt oh gott ich mache mich vorhin noch lustig über die leute die sich die ganze zeit hätten lassen ja 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 ich habe jetzt noch mal Oh Fuck! Oh komm schon, lass mir doch auch mal einen Kill, man! Scheißdreck So, was kaufe ich mir denn dann mal? Ich baue mich jetzt einfach ganz normal, genauso wie auf Summoners Rift auch Und mal einen AirPods kaufen Lol Der will mir keine Kills lassen Na dann Ähm Joa Boah, was mach ich jetzt so? Einfach mal spielen Ah 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 Well Li cetera Oh Ein bisschen. Ja, komm doch her. Ja, das war klar. Oh, komm schon, Mann! Sie gneit dich sogar! Mann, ey. Was soll das denn? So, kann ich mir schon. Oh, lol. Nicht sterben. Ja! Jetzt krieg ich Kills. No! Oh, Mann, war das eben bad, eben. Oh, Gott! Ich bin ja gar nicht im Gras. Oh, mein Gott, bin ich bad, ey. Alter Schwede. Oh, Gott. Alter Schwede. Okay, jetzt hab ich Ulti. Oh, scheiße, ich komm nicht dran. Oh, Gott! Da flasch ich dann doch lieber weg. So, jetzt muss ich aber echt weggehen. Ah, nein. Ich kann... Ich wollte jetzt eigentlich noch meine Kugel auf irgendein Verbündel draufhauen, dass ich da noch den Kills dealen kann, aber ich hab zu viel Angst, dass ich da jetzt sterbe und da hab ich keine Lust drauf eigentlich. Äh, was hole ich mir denn? Da, das Ding. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Vermutlich. Kennt ihr es? Das ist im Grunde genommen das gleiche wie Sonias. Das ist übrigens, was hier im Hintergrund so läuft, ist übrigens, äh, Musik von Instalok. Ähm, Instalok ist so eine Gruppe von drei Typen, die, äh, von allen möglichen, ich sag mal, angesagten Songs, äh, Cover machen mit irgendwelchen LOL-Themen. Also, das eben, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es verstanden, den Text. Das war, die Server sind Sauen. Na? Ernst habt ihr jetzt keinen einzigen Kill bekommen? Frag. Und jetzt ist im Moment läuft Werbung. Ich werde auch am Ende übrigens nochmal einen Link hinmachen, da zum, äh, YouTube-Channel von denen. Okay. Haha, das war, das hat es jetzt eben gebracht, Zed. Oh, ja, ich hab ihn gerettet. Yeah, saved you. Haha, das war's. Nein. Haha. No. Ja, die machen gerade unseren Altar. Dann gehen wir da mal nicht hin. Oh Gott, voll daneben gehauen. Oh Mann, jedes Mal, wenn ich wieder so einen Fun-Mode spiele, denke ich daran, wie cool doch Doom-Boss war. Das hätte ich echt gerne mal wieder. Das war bisher, finde ich, irgendwie der coolste Modus seit ich spiele, den es gab. Uh, dich kriege ich. Komm her. Och Mann. Ich habe nicht mal eine Sis bekommen. Okay, ich habe auch nichts gemacht. Komm her, Vayne. Lol, die hat sogar Ulti aktiviert. Achso, die hat den Sis gekillt. Okay. Da ist sie nicht. Aha, diesmal hat es funktioniert. Yes. Doppelkill. Doppelkill. Tja, warum ist der Zett da nicht reingeultet? Oh lol. Wow, das war knapp. Oh Gott, da kommt der Gangplank. Weg hier. So, das kaufe ich mir und verkaufe es und das noch kaufen. Oh lol. Let's groupen sie aber. Was gerechnet dann, wenn ich nicht da bin. Oh, ich habe auch keine Ulti. Okay, dann wäre es eh egal gewesen. Okay, der Gegnerische Zett ist Insta weggeflasht. Oh wow, also manchmal sind die Plays, die ich so mit Orianna bringe, echt GG. Mehr kann ich dir nicht helfen. Oh Gott, da kommt noch Kayle. Wow. 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 Alter, der Damage. Das finde ich so cool an Orianna. Ja. Nein. Den Lasted habe ich nicht bekommen. Ja okay, jetzt ist der Set hier, jetzt kriege ich eh keinen Last-In mehr, warum bin ich überhaupt noch hier? Wo ist eigentlich unser Melfer halt? Der wollte unbedingt Bombo-Combo machen. Oh Gott! Oh shit! Ich muss hier weg! Ah! Dicke Dach! Nein! Oh, ich hatte sogar Flash! Scheiße! Ja, schön, ich krieg noch mein Assists! Oh Gott, was ein Ult von Six! Nein, schade! Das wäre noch, das ist für mich gewesen. Verdammt! So, jetzt hab ich das Ding schon mal fertig. Mit dem hätt ich eben auch überlebt. Verdammt! So. Why are they running? Ja komm, der Set ist da irgendwie so ein bisschen... läuft das so ein bisschen scheiße rum, wenn sie den nicht kriegen... Oh, der Flash hat's nicht gebracht. Oh, ho, Snipe! Nice! Wo sind wir eigentlich gerade verliegen? Achso, das ist wieder Werbung. Los! Oh, mach! Wie meine E einfach nur... wie meine W einfach nur Basalen getroffen hat. Oh Mann! Damage! Haha! Verdammt! Ich hab keine Ulti im Moment! Tut mir leid! Wer is... Ha haaa! Meine kills! Ist der da noch drin? Ja ist der! Ah jetzt allah! Oh, Mann! Das ist sehr entschuldig. Das wäre eigentlich eine Möglichkeit. Gibt es eigentlich Rabattons auf der Map? Nein, gibt es nicht. Ja, dann hole ich mir das. Alter, der Gragas macht Schaden, Junge. Krass. Der macht richtig Schaden. Komm, kill's hin! Oh mein Gott, Zed, was machst du da? Der Gragas schnappt sich wieder den Kill. Die machen auch Schaden, ne? Ja, die machen auch so ein bisschen. Zack. Oh Mann, ich kann nicht mal die Minions alle treffen von einer Wave. So schlecht. Ah! Uh! Hey, jetzt mal ganz im Ernst. Wie schlecht kann man denn sein? Schon wieder meine Wave verschissen. Nenn ich's jetzt mal. Oh Leute. Komm her. Ja. Oh shit, da kommen sie alle. Hab dich! Oh komm schon! Willst du mich verarschen und jetzt sterbe ich noch? Mann! Jetzt nimmt die sich noch den Kill. Ich fahre. Einige hat sich gestritten. Alles ist in der Fall. Du bist in der Fall. So. Hallo. Wir haben wieder den Altar hier drüben. Wir müssen aufpassen, dass die unseren Altar jetzt nicht kriegen. Ich müsste auch mal Cooldown Reduction kaufen eigentlich. Das wäre richtig chillig. Oh lol, sowas gibt es ja auch für AP. Gibt es auch auf den anderen Maps? Gibt es auch auf Summoner's Rift? Das weiß ich gar nicht. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr wisst, ob es dieses Item, was ich eben da angeklickt hatte, hatte das hier. Das gibt es nämlich auf Summoner's Rift für AD, das weiß ich. Ob es das auch auf den anderen Maps für AP gibt. Oh lol. Ja, wo ist die Spät? Nein, das ist jetzt... Oh, komm schon, jetzt flasht die noch da lang. Wollte ich mir mal den Kill holen. Scheißdreck. Holte ich mir hier halt... Ernsthaft? Genau in dem Moment gehen die Minions weg. Hast du gedacht, Organ? Oh, nicht da drauf laufen. Tick, 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 away. Oh, der Ultar ist unlocked. Will ich mir den mal holen? Ah. Bäh. Hat das eigentlich schon aktive? Nö. Oh, nein. Geh doch weg, Morgana. Du, ich komm von hinten. Wo bist du? Ja, da. Hier. Hier sehr. Ah, was ist der Mindpush? Das ist voll witzig. Oh Gott, die ist da ja noch. Warum steht... Was ist denn los mit der? Warum steht die da einfach rum? Ja, okay, wenn du da halt auch reinläufst, dann kann ich nichts mehr für dich tun. Und jetzt hatte ich nicht erwartet, dass da noch was kommt. Verdammt. Ähm. Ja. Dann. Zack. Das. Na komm, Schuhe! We have to end this fast. Was haben die denn eigentlich was im Late Game? Ja, okay, Vayne wird krass. Und Zed vielleicht auch. Jeder pickt Zed im Moment, nur weil er free ist. Und ich bin der einzig, der eigentlich nicht spielen kann, man. Das ist scheiße. Ich hasse das. Jeder kann Zed spielen. Nur ich nicht. Ähm. Ach ja, warum eigentlich nicht? What stuff is nice. Oh lol, ich lebe ja schon wieder. Verdammt. Ich stehe hier einfach die ganze Zeit rum. Ja, wow, jetzt hätte ich auch meinen Keks noch verkaufen können und dafür noch ein Ding ist da. Wie heißt das denn eigentlich? Das Buch hier. Amplifying Tome. Kaufen können. Oh, 6 ist gar nicht so schlau. Oh Gott. Komm her, ich will noch den Assist bekommen. Yes, ich hab den Assist. Hahaha. Oh Gott. Oh Gott. Okay, ist es. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, lauf genau drüber, das macht Sinn. GG. Und ich habe sogar noch den Assist für Kayle bekommen. Kann nicht besser laufen. Oh, da unten ist Dingens. Verdammt. Ich werde mich nicht selbst ändern. Ich habe mich jetzt zurück. Ich werde mich lieber raus. Oh down ist's, das geht doch nicht. Oh ja, der ist jetzt weg. Oh, ja, Lux, du bist tot. Oh, doch nicht. Ich hatte mit dem Willen nicht gerechnet. Okay, doch, du bist tot. Da war noch Blade of the Root King drauf, oder? Ja, genau, der hat sein Blade of the Root King eingesetzt. Und ich kann mir noch mein Voidstuff holen. Oh, ja, Rune, der Damage vom Grager ist einfach krass. Was hat denn der eigentlich? Ja, 18, 9 Grager ist, das ist halt 514 AP. Der wird ja nicht mehr so viel. Wo musst du her? Oh Gott, da kommt Morgana. Okay, dann geht meine Kuh halt nicht. Ist auch okay. Macht mir nix aus. Ist okay für mich. So, wenn der jetzt da rein ulten könnte. Alter. Der Damage von der Kuh vom Grager und meiner Kuh-W-Kombo ist schon krass. Lol, der hat den noch gar nicht getroffen. Hahaha. Habt ihr den Damage gesehen, ey? Ich liebe das. Freak'n Mann. Oh man, die waren schon Ewigkeiten weg. Ich bin ja davon erhofft gerade. Ich hab wieder nicht mal einen Disc bekommen. Ah no. Ja, jetzt lauf bitte auf meine Kugel drauf. Z wird gleich noch vom Tower gekillt. Ja, so muss das sein Lux. Ja, komm her. Sollte demnächst vielleicht mal wieder back gehen und wir haben wieder Werbung. Oh lol! Oh nein! Oh Gott! Ich hasse diese Lux Ulti, ey. Mano! Das ist doch scheiße. Ähm, was kaufe ich mir denn jetzt noch? Sonja, es bringt mir auch nichts, wenn ich nicht dran denke es einzusetzen. Ähm, das bringt's halt gegen dieses Team eigentlich nicht so wirklich. Ähm, Hehehehe Heisborn Gaunted als Ort. Wo bringt das so vieler wie das Spiel nicht gerade? Ich muss auf AP. Nö, nö. Ähm, hm. Ja, super, die beiden dicken Items, die AP-Schaden machen, gibt's halt hier nicht. Das bringt's jetzt auch nicht mehr. Ja, okay, komm, das ist im Grunde genommen, ja. Hm. Wie heißt's eigentlich? Das, was ich gesucht hab. Oh, Mann. Äh, DSP. Zett gegen Zett ist einfach ein krasses Matchup. Oh, wow. Oh, wow. Zett gegen Zett ist einfach ein krasses Matchup. Schade eigentlich, dass es hier nicht sowas wie Blubuff oder so gibt. Könnte ich noch nicht sehr gut gebrauchen. Oh Gott, nein! Fuck! Die haben diesen komischen Spinnen-Buff. Kragas muss weg, der will jetzt finishen da vorne. Das kann er ja mal versuchen, das könnte schwierig werden, Solo. Die hat ihre Ulti gegen Super-Minions einsetzen müssen. Geh, geh! Was ist denn mein Backdoor? Hier gibt es nichts zu Backdown. Wir gehen einfach durch. Guck mal hier, wie viel Damage ich da alleine mache. Oh shit, du bist Top-Loks. Hast du gedacht? Oh Gott! Haha! Ich hab auch gedacht. Oh man! Oh Gott! Puh! Zock mal. GG! Wir lebten von denen noch nur Lux und die hat ihre Ulti gerade rausgeballert. Dann geh ich mit. GG! Yo Leute, das ist schon ein sehr, sehr witziger Modus, finde ich. Also, ich fände es noch witziger, wenn es wie beim letzten Mal, als es den gab, auf Summoners Rift wäre. Ähm, aber ist auch so sehr, also wirklich sehr witzig. Ähm, ja, ich finde, ich weiß nicht, was ich noch finde und ja, also, solltet ihr generell auf jeden Fall ausprobieren. Ich weiß nicht, ob ich es am Anfang schon gesagt habe, aber der Modus ist jetzt heute rausgekommen. Ähm, yo, hier, so, ich weiß nicht genau, ich denke, ich mach's hier so über dieses, äh, Victory-Banner, so ein Link zum, äh, Channel von Instalok. Äh, auf jeden Fall abonnieren, Jungs, die, die Jungs sind echt gut, finde ich. Ähm, und, yo, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao Leute!